21 Thesen, wie sich der Schlaf im 21. Jahrhundert entwickeln wird. These 3. Wenn wir die Überschrift jetzt so ansehen, der gesunde Schlaf entwickelt sich im 21. Jahrhundert zum größten Gesundheits-Lifestyle-Projekt aller Zeiten. Wie darf man das verstehen? Genau. Dazu gibt es drei Fakten, die diese These sehr stark untermauern. Das erste ist die Trendforschung. Da gibt es das Gottlieb-Duttweiler-Institut Rüschlikon bei Zürich. Dort wiederum gibt es eine Trendforscherin, die Dr. Karin Frick. Die hat das eigentlich anlässlich eines Trendradars schon im Jahre 2006 postuliert. Genau diese Formulierung. Der gesunde Schlaf wird zum größten Gesundheits-Lifestyle-Projekt aller Zeiten. Das zweite ist die WHO. Die WHO sagt uns ja für das 21., also die Weltgesundheitsorganisation, die sagt uns ja für das 21. Jahrhundert voraus, das größte Problem für den Zivilisationsmenschen wird der chronische Stress werden. Und wir wissen ja, dass mindestens 75% aller Gesundheitsstörungen stressbedingt sind. Das heißt, die Urursache liegt im Stress. Und deshalb wird natürlich der Schlaf eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und die WHO hat ja den Schlaf als dritte Säule aufgenommen, neben der Ernährung und neben der Bewegung. Und die dritte Sache ist, dass natürlich die Schlafwissenschaft und die Schlafmedizin in den letzten zwei, drei Jahrzehnten sehr exakt herausgearbeitet haben, dass der Schlaf wirklich in Richtung Gesundheit ein 90%-Faktor ist. Und natürlich aus dieser Situation heraus, die wir schon mehrmals besprochen haben, dass mindestens die Hälfte aller erwachsenen Menschen Schlafstörungen haben. Wenn man das alles zusammen sieht, dann wird der Schlaf tatsächlich zum größten Gesundheitsprojekt aller Zeiten. Viele meinen, dass sie gesund schlafen, da aber gar nicht gesund schlafen. Eigentlich erklären Sie uns jetzt mal an diesem Punkt den Unterschied zwischen quasi nur schlafen und gesund schlafen. Genau. Es ist natürlich so, rund um den Schlaf, wie bei vielen anderen Dingen, gibt es viele Mythen. Und viele Menschen glauben, nur weil sie in der Nacht nicht aufwachen und vielleicht auch relativ gut einschlafen, dass sie einen guten Schlaf haben. Und das ist natürlich bei den meisten nicht automatisch der Fall. Es ist generell so, dass der Schlaf heute nicht mehr automatisch funktioniert, wie das vielleicht vor 100, 150 Jahren noch der Fall ist. Wir haben sehr viele Faktoren, die den Schlaf beeinträchtigen. Aber ich glaube, wir blenden eine Grafik ein, die uns ein Schlafdiagramm zeigt. Das heißt also, wenn jemand in ein Schlaflabor geht, dann wird er ja verkabelt. Die meisten haben das ja in TV-Beiträgen alles schon einmal gesehen. Und da werden ganz wichtige Funktionen des Körpers während dem Schlaf gemessen. Ganz im Vordergrund steht die Messung der Gehirnströme, weil wir während der verschiedenen Schlafphasen auch verschiedene Gehirnfrequenzen haben. Aber im Schlaflabor macht man auch ein EKG, man macht Blutdruckmessungen, man misst die Muskelspannung, man misst die Sauerstoffsättigung des Blutes und viele andere Dinge. Und diese Grafik, die wir sehen, das ist ein sogenanntes Schlafdiagramm oder ein Hypnogramm. Das hat als Grundlage die Messung der Gehirnströme. Das ist in der Regel eine einkanalige Ableitung der Gehirnströme. Und man sieht ganz links die verschiedenen Schlafstadien. Also das beginnt bei Wach, wenn wir uns ins Bett hineinlegen, dann sind wir noch wach. Und dann kommt die Phase zwischen Wachsein und Einschlafen. Das ist die sogenannte Alpha-Phase. In der Phase produzieren wir im Gehirn die sogenannten Alpha-Wellen. Die haben 10 bis 12 Hertz, also etwas unter 10 und etwas über 10 Hertz. Und dann beginnt als nächste Phase der Leichtschlaf. Dann kommt die Schlafphase 3, Tiefschlaf. Schlafphase 4, ebenfalls Tiefschlaf. So, das ist ein Schlafzyklus. Das geht dann also sozusagen bis zur ersten Traumphase. Und das dauert 90 Minuten. Das ist ein Schlafzyklus. Und wenn wir das Diagramm anschauen, dann haben wir 5 Schlafzyklen. Und diese 5 Schlafzyklen bedeuten eine Schlaflänge von 7,5 Stunden. Das wäre jetzt, wenn wir von einem Durchschnitt reden, eine gute Schlafzeit. Also die meisten Erwachsenen brauchen zwischen 7 und 8 Stunden. Das ist individuell, ist auch gengesteuert. Manche brauchen weniger, manche brauchen mehr. Und wir sehen also auf diesem Chart, auch im ersten Nachtdrittel haben wir viel Tiefschlaf. Und im zweiten und dritten Nachtdrittel, das sind diese dunklen Balken ganz oben, das ist der sogenannte REM-Schlaf von Rapid Eye Movement. Also wenn wir während dem Schlafen mit geschlossenen Augenlidern unter die Augäpfel hin- und herrollen, da schaut, wenn man das sich in Ruhe anschaut, sehr interessant aus, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir träumen, dass wir bildhafte Träume haben. Das heißt, wir träumen auch während den anderen Schlafphasen, aber diese sogenannten REM-Traumphasen, die sind ganz wesentlich für die psychische Regeneration des Menschen. Das heißt, die Psychologen sagen, die Träume sind sozusagen die Abfalleimer unserer Seele und die Tiefschlafphasen, die sind ganz wichtig für die körperliche Regeneration. Und deshalb kann man ganz genau bestimmen mit einem Hypnogramm, mit einem Schlafdiagramm oder eben mit einer Schlaflobomessung, ob der Schlaf den schlafmedizinischen Kriterien entspricht oder nicht. Deshalb gibt es einen gesunden Schlaf und einen nicht so gesunden Schlaf. Einfachgesundschlafen.com, das ist unsere Plattform. Wir behandeln 21 Thesen für das 21. Jahrhundert. Wie es sich denn mit dem Schlaf so entwickelt? These 3 besagt, dass der gesunde Schlaf das größte Lifestyle-Projekt werden könnte. Also das gibt auch aus Studien solle Erkenntnisse. Sieben bis acht Stunden sollte man schlafen, damit man halbwegs einen gesunden Schlaf hat. Oder benötigen auch die meisten. Wodurch zeichnet Sie jetzt wirklich ein gesunder Schlaf aus? Genau, also es beginnt beim Einschlafen. Das heißt, der Einschlafprozess ist schon ein wesentlicher. Ich sage immer wieder, der Start soll das Rennen. Und das bewahrheitet sich auch in der Praxis. Menschen, die gut einschlafen, haben in der Regel dann auch nachfolgend einen guten, erholsamen Schlaf. Was heißt gut einschlafen? Und da sind wir auch schon bei einem großen Irrtum oder Mythos, was den Schlaf anbelangt. Viele Menschen legen sich ins Bett und schlafen sofort ein. Innerhalb von zwei, drei Minuten, wir sagen, sind die weg. Das heißt also, im Reich des Schlafes und der Träume. Und die glauben irrtümlich, das ist ein gutes Zeichen. Ich lege mich ins Bett und schlafe sofort. Im Grunde genommen eigentlich Alarmstufe Rot. Das heißt also, diese Leute haben ganz klar ein Schlafdefizit. Die haben zu wenig Schlaf. Weil der Einschlafprozess braucht eine gewisse Zeit. Das heißt also, wenn man das jetzt ein bisschen statistisch anschaut, wie schlafen die Menschen ein, so kann man sagen, irgendwo zwischen 10 und 15 Minuten, das ist ein idealer Schlafvorgang. Weil der Körper muss, um überhaupt einschlafen zu können, die Körperkerntemperatur um ein halbes bis ein ganzes Grad Celsius senken. Deshalb ist eben auch die Raumtemperatur ganz wichtig. Wenn es zu warm ist, schlafen wir viel schlechter ein. Wenn es zu kalt ist, schlafen wir auch schlechter ein. Das heißt, ideal sind es zwischen 17 und 19 Grad Celsius. Dann wird sozusagen dieser Prozess unterstützt. Und dann wissen wir ja, ist ja die Produktion des Schlaf- und Schutzhormons Melatonin ganz wichtig. Und ein gesunder Schlaf zeichnet sich auch des weiteren Dadohaus, dass ich nicht zu viele große Körperbewegungen habe. Und das ist natürlich jetzt wieder abhängig von meiner Schlafunterlage. Wenn ich eine zu feste Matratze habe oder eine zu feste Schlafunterlage, dass der Auflagedruck zu groß ist, dann habe ich in einer Nacht bis zu 70 große Körperbewegungen. Das heißt, ich drehe mich von der Seite auf den Rücken wieder zurück, manchmal auf den Bauch, das nennt man eine große Körperbewegung. In einem flexiblen Schlafsystem wie Samina mit dem freischwingenden Lamellenrost, da habe ich maximal 20, 25 so große Körperbewegungen. Und die sind auch wichtig für die Aktivierung der Muskulatur während dem Schlaf. Wir haben dann auch Phasen, wo die Muskulatur total erschlafft. Dann ist wichtig, in der Nacht zumindest nicht bewusst aufzuwachen. Das ist der nächste Irrtum. Die Menschen glauben, man wacht in der Nacht eigentlich nicht auf, aber die Schlafmessungen zeigen natürlich, dass jeder von uns ca. 30 Kurzwachphasen hat in einer Nacht. Entscheidend ist, dass wir eine gewisse Zeitgrenze nicht überschreiten. Das sind in der Regel zwei Minuten. Alles, was über zwei Minuten wach sein bedeutet, da können wir uns am Morgen daran erinnern, sonst nicht. Also das sind so wesentliche Dinge. Und dann genauso wichtig wie das Einschlafen ist das richtige Aufwachen. Und die meisten Menschen haben ja, abgesehen davon, dass sie mit einer im Grunde genommen sehr rigorosen Methode aus ihrem Schlaf gerissen werden, nämlich mit dem Wecker. Das ist also schon der erste große Stress für den Zivilisationsmenschen, weil die Wecker haben ja bekanntlich ganz schrille Töne, damit wir wirklich wach werden. Da schießen dann die ersten Stresshormone in den Körper. Und das ist natürlich kein harmonisches Erwachen. Das ist, wenn man das so bezeichnen will, eher ein etwas brutales Aus-dem-Schlaf-Zerren. Und deshalb natürlich haben sich mehr und mehr auch die Lichtwecker durchgesetzt. Die mit Licht wecken, das ist natürlich viel angenehmer, viel harmonischer und bedeutet natürlich für den Körper auch viel weniger Stress. Also so kann man sagen, gesunder Schlaf, man muss alle diese Schlafphasen durchschlafen. Es gibt natürlich ganz genaue Kriterien, wie viel Tiefschlaf wir brauchen. Wir sehen also in diesem Stadium 3 Tiefschlafphase zwischen 5 und 10 Prozent. Stadium 4, das ist dann noch tiefer, da sehen wir etwa 10 bis 15 Prozent. Die Hälfte des Nachtschlafes ist ein sogenannter Leichtschlaf. Und der Rest sind diese REM-Traumschlafphasen. Jetzt haben wir schon wieder viel gehört hier als Antwort quasi. Aber kann man alles nachsehen bei uns in unserem Kanal auch, einfach gesundschlafen.com. Mit allen Informationen, da kann man auch Fragen an Sie senden. Ja, 30 Jahre im Grunde genommen Schlafgesundforschung. Sie sind ja nicht nur Samine Gründer, sondern in diesem Zuge haben Sie vor allem den Schlaf auch erforscht. Über diese 30 Jahre. Was zeichnet denn ein gesunder Schlaf Ihrer Meinung nach aus? Im ganz kurzen Zuge. Ja, also es ist einfach so, der gesunde Schlaf braucht ganz bestimmte elementare Voraussetzungen. Also wie ich am Anfang gesagt habe, es ist heute leider nicht mehr so, dass der Schlaf automatisch naturgesteuert funktioniert. Da hat der Mensch viel zu viele Eingriffe gemacht. Das hat begonnen mit dem künstlichen Licht. Das heißt also, bis zur Erfindung der Elektrizität und damit natürlich auch zur Beleuchtung, hat der Mensch ja plus minus sehr natürliches Licht mit Kerzen, mit Feuer im Mittelalter, mit Petroleumlampen, mit Gaslichtern. Das sind alles im weitesten Sinne auch schlafbiologisch verträgliche Lichtquellen. In der Zwischenzeit ist das Licht einer der größten Störfaktoren für den Schlaf, weil das Licht ist ja grundsätzlich der wichtigste Steuerungsfaktor oder Taktgeber von außen, was die inneren Uhren anbelangt. In der Nacht ist es dunkel. Wir haben vielerorts unsere Nächte zum Tag gemacht. Wir haben eben auch das Phänomen, dass wir viel zu viel Licht haben in den Städten. Diese Lichtemissionen kommen natürlich bis in die Schlafzimmer herein. Dann natürlich die Materialien, mit denen ich mich in der Nacht umgebe, sind ganz wichtig. Deshalb bin ich sehr rasch in Richtung Natur gegangen, organische, biologisch aktive Materialien, ohne Chemikalien, ohne Metalle. Diese zusammenfassenden Einflussfaktoren, die sind natürlich mitentscheidend, ob ich wirklich gesund schlafen kann oder nicht. Und überall dort, wo ich Probleme habe mit Elektrosmog, mit elektrostatischen Aufladungen, mit Erdmagnetfeldverzerrungen, da mussten wir überall gegensteuern. Das heißt, es mussten Biotechnologien entwickelt werden, die sozusagen diese von Menschenhand erzeugten und nicht sehr gesundheitsförderlichen Effekte, dass die minimiert oder eliminiert werden können. Sie haben ein eigenes Buch geschrieben. Ja, ich habe schon Stoff für viele Bücher. Aber auch das Buch Schlaf dich jung, fit und erfolgreich ist auch das Buch, wo man sich herunterladen kann auf einfach gesund schlafen. Und in diesem Buch, das ist ein Ratgeber, da versuche ich einfach die wichtigsten Einflussfaktoren darzustellen und welche Möglichkeiten der Mensch hat, Schritt für Schritt zu einem gesunden Schlaf zurückzukommen. Wenn jemand das konsequent macht, dann ist das innerhalb von drei, vier Wochen sehr gut möglich, wieder in einen guten Schlafrhythmus hineinzukommen. Der Körper und der Geist brauchen natürlich da und dort längere Zeit, bis sich auch Probleme wieder einpendeln. Das ist also abhängig, mit welchem Status jemand in ein solches Schlafcoaching einsteigt. Aber ich sehe natürlich jeden Tag, was alles möglich ist. Und ich sehe auch die überraschenden Gesichter der Kunden und Klienten, die sagen, ich habe mir gar nicht vorstellen können, wie gut man schlafen kann. Und ich sage dann immer dazu, ja, die meisten Menschen haben vergessen, wie es sich anfühlt, wirklich gut und gesund zu schlafen. Am Tag entscheidet sich, wie man in der Nacht schläft. In der Nacht entscheidet sich, wie man den Tag verbringt. Sie arbeiten immer wieder mit Ärzten und Therapeuten zusammen. Was möchten sich daraus ziehen oder was möchten Sie mit diesen Ärzten und Therapeuten noch erforschen? Ja, es ist so. Also das ist ja auch die Erfahrung. In erster Linie wenden sich Menschen an uns, die ein Problem haben. Das heißt also, Menschen, die Schlafstörungen haben, Menschen, die natürlich abhängig von den Schlafunterlagen Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen haben. Die Menschen melden sich. Menschen, die Stresssymptome haben. Und es sind präventiv wenige Menschen unterwegs. Das ist ja generell das Bild, das wir sehen, wenn wir einen Blick in die Medizin werfen. Dann sehen wir, dass vermutlich über 95 Prozent aller Gelder in die Reparaturmedizin fließen und nur etwa 5 Prozent in die Vorsorgemedizin, also dort, wo man präventiv eingreift. Und ein gutes Beispiel war früher, wo man die Zahnhygiene noch nicht so ernst genommen hat wie heute. Heute ist es für die Menschen selbstverständlich, jeden Tag zwei, dreimal die Zähne zu putzen. Und früher ist man halt zum Zahnarzt gegangen, wenn man Zahnweh hatte. Das hat sich geändert. Dort gehen die Leute auch prophylaktisch hin, um das Zahnweh sich zu ersparen. Bei den Schlafstörungen sind wir natürlich noch lange nicht so weit. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, diese Lücke zwischen dem Patienten und seinem Arzt, seinem Therapeuten, seinem Orthopäden, Chiropraktiker, eben mit dem Thema Schlaf zu füllen. Und da spüren wir seit zehn Jahren einen sehr starken Trend in Amerika. Da haben wir ein Netzwerk aufgebaut mit unseren Partnern von über 600 Ärzten, die mit uns zusammenarbeiten. Und die haben eben erkannt, der Heilerschlaf ist notwendig, damit die Leute gesund werden. Also ich rede jetzt gar nicht von denen, die die Idee haben, gesund zu bleiben, sondern von denen, die Gesundheitsstörungen haben. Und wir haben ja schon viele Beiträge gemacht, wo wir ganz dezidiert gesagt haben, diese Gesundheitsstörung hängt mit Schlafmangel, hängt mit Schlafstörungen zusammen. Und der Heilerschlaf ist deswegen wichtig, weil wir im Schlaf die Selbstheilungskräfte aktivieren. Aber das können wir natürlich nur, wenn das alles stimmt, was rund um den Schlaf passieren muss. Und da glaube ich, ist Samina sicherlich eines der Referenzprodukte weltweit, was die organischen, biologisch aktiven Materialien anbelangt, die Chemiefreiheit, die Metallfreiheit und natürlich auch das Thema der Körpererdung. Kurze Vorschau auf die nächste These. Sportler brauchen viel Schlaf. Genau, die nächste These wird eben sein, dass man viel deutlicher erkennt, dass Spitzenleistungen ganz eng verknüpft sind mit dem Schlaf. Und wir sagen es ja immer wieder, und es ist eben auch wichtig, dass die Menschen sich das einprägen, 70 Prozent der körperlichen Regeneration und 100 Prozent der geistig-mentalen Regeneration sind vom Schlaf abhängig. Und beim Sportler, und das beginnt eigentlich schon beim Hobbysportler, ist eben die Besonderheit, auch der Hobbysportler geht an seine Leistungsgrenzen, der Spitzensportler geht noch mehr an seine Leistungsgrenzen. Und deshalb brauchen diese Menschen körperlich eine viel bessere Regeneration als quasi wieder, Anführungszeichen, Otto-Normalverbraucher, einfach die Menschen, die sich weniger mit dem Sport beschäftigen. Und da gibt es natürlich viele Erfahrungen und Studien rund um das Thema Schlaf und Leistungssport. Und das wird unsere nächste These sein. Danke für die Informationen. Dies und ob Sportler gut oder nicht so gut schlafen können, das gibt es also das nächste Mal bei uns. Alle weiteren Informationen auf unserer Plattform einfachgesundschlafen.com